und weiter geht's mit let's play gta 5 und der flucht zu unserer drei helden vor der kopf vor den kopf und den und den haben wir müssen irgendwie rauskommt so weg weg weiter weiter das wird die richtig brenzlig gerade wunderbar da kommen sie her da kommen wir raus kakao schon durchmachinier Awa! Ich weiß nicht, wo wir ohne dich sind, Mann. Wahrscheinlich auf unsere Facts. Tee, G just jumped die Team von ihnen outside. Wir könnten okay sein, wenn wir die Plattform machen können. Komm schon, die Plattform. Ein paar Minuten mehr. Ich habe nur die Tank, du Prick. Geh es unter Kontrolle. Die Plattform, das ist unsere einzige Schuss. Ja. Oh Mann. Ja, wie wäre es, wenn wir einfach mal aufhören? Gut, dann machen wir es so. Ich hatte, wir verkacken das Ding, weil Michael nicht den Arsch nicht hochbekommen auf den Zug. Let's go. Wir sind immer noch mitgeschossen. Oh Mann. wir haben es geschafft das ding in palito haben wir noch 21 minuten ja gut wir haben wir haben nur wenig geld verloren so aber das wäre jetzt natürlich zu kurz ich dachte dass wir doch nur schnell durchkommen ich auch weiter eigentlich kein berg immer macht er hätte die folge aneinander gesetzt aber okay dann machen wir hier noch schnell eine mission machen wir noch eine mission entgleist wie weit war ich würde der statistiker mit dem mission ane kommen ich gehe jetzt ich habe hier ich bin hier 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 Und von dem ich kann sagen, du bist wie ein Hochschul-Athletz, lebend von alten Glorien. Du warst, dass du es zu tun hast, und jetzt, du bist Angst, wenn du deine Lofers getrennt werden. Wenn du mehr Scheiße aus deinem Kopf kommst, du wirst über meine Vergangenheit lernen, du verstehst du? Absolut, Herr. Das kam falsch, alles falsch. Sag, Trevor, das Jahrhunderte kommt. Was Jahrhunderte? Das Jahrhunderte. Wo sind wir beide? Wir haben ein bisschen frisch. Wir sprechen von schönen Dingen. Ja, ich höre, Stockholm-Syndrom ist sehr schön, dieses Jahrhunderte. Hey, warte deinen Mund. Es ist immer ein Traum von uns. Das Traum von Träumen. Was bist du mit? Ich spreche über Gold. genug für Ron in Träumen und du in Therapie. genug für uns, dass wir den Mexikanischen und du zurück in der Stadt, Baby! Ja! Das muss doch so gut sein! Jesus! Mann, wir haben schon darüber gesprochen, diese Hygiene vorhin, Mann. Ich versuche dich in mein Haus, das ist wie du mich verabschiedst? Wie leben mit einem scheiße Hörn. Skunk! Be unter Raton Canyon Bridge und ein Boot. Wir bleiben auf den Headsets. Gut, ich spreche noch den Zug. Was für ein Zug? Moment, was? Wie? Wer? Wann? Wo? Weshalb? Ich war mir irgendwie klar, du fährst um die Ecke und es kommt eine Scheißkarre da um die Ecke. Nimm deine Kackmühle da weg, du Arsch, hey! Meine Fresse! Es war mir klar, dass... Es war mir klar, dass... So, ich nehme ein Auto, um ein Boot, um ein Boot zu stecken, um ein Tren und etwas Gold zu bekommen. Das ist ungefähr der Größe! Mach es ein schnelles Boot! Ah! Das logistische Meinung von Trevor Phillips. Also, es ist wie Goldbrücke an Bord, oder? Sometimes? Das ist ein High-Value-Kurier-Service, von Meriwether. Oh! Meriwether? Traquilo, Mike! Das ist kein Weapons-Train. Es ist gut, es ist zu wertvoll, um ein Flugzeug zu verhindern. Gold! Sometimes Gold! Sometimes our work! Priceless Antiquities! Da oben ist der Zug, glaube ich! Sometimes genug für dich, mich, Ron, und alle! Fine! Und hier ist sie, der magische Train! Ich muss den Zug, aber... Ich muss den Zug, aber... Mike! Oh ja! Ich muss den Zug, aber... Ich bin jetzt lieber, um noch auf den Zug zu sprengen. Ach Gott! Das ist... Drauf! Und dann auf Anhieb! Okay! Ich sag das nie wieder! Nein! Oh Mann! Oh Mann! Das war mir klar! Das war mir klar! Das war mir klar! Das war mir so klar! Ja, du meinst, Alter! Wo ist denn noch ein Rehe hin? Ja, können wir... Ja, dann ist der Zug weg! Und ich habe es so gefreut, dass ich... Taka, 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 taka! Ja! Ich habe mich so drauf gefreut! Das ist auf Anhieb klappt! Und Sche... Mann! Hau doch mal mit den scheiß Tieren ab, Alter! Das ist jetzt der fünfte... Das fünfte fucking Tier, das ich überfahren habe! Ja, ist ja immer zerledigt! Oh Mann! Mann! Da fällst du einmal runter! Und dann bist du fast wieder drauf! Und dann kommt dir so ein scheiß Reh vor die Nase! Aber wir sind wieder drauf! Der ist nicht so gefällt! Der sitzt immer noch drauf! Ne, der steht euch froh davon! So, jetzt muss ich wieder versuchen! Und dann geht's doch mal! So, jetzt geht's doch... Okay! So! 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 Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Oh, ja, 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 ja. Ja, Gott sei Dank passt die beiden Missionen in einen... Wer gibt dich zu der Eisenbahnbrücke? Gut, dass die Missionen thematisch in eine Folge passen. Oh oh, es regnet, Vorsicht. Ja, die Mission ist noch nicht ohne. Die Skars in the orange container. Plant in charge, blow the doors. Now, if I was a speedfreak cannibal, what would I blow up a train to steal? Einmal aufwachen. Ja, dann get your ass in there, Mikey! I'll be as quick as I can be. I gotta run a fucking salvage operation in here. Meriwether recovery teams arrived! die siege aus der gefecht der auch heute war die stilfunktion 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 Oh, tschüss. Wollen wir es doch mal eben so. Steig hier das Boot. Oh, das haben wir doch gut hingekriegt heute. Also gar nicht mehr so lange war die Folge. Also wir sind mittlerweile echt... Gut, Abflug. Alter, Meike. Na komm. Ah, ich bin nicht so gut auf dem Controller. Das haut's immer, glaub ich, los. Ich glaub, das eine Boot ist immer auch los, oder? Ja. Heli. Ja. Gute Nacht. Hammers. Ich hab den Schraut. Ich hab den Schraut. Läger. Wer gibt sich zu den Flugfahrzeugen? Hm, ist ja Jacke wie Hose, welchen wir nehmen. Dann nehmen wir den kleiner. Wir geben ihm das, und du endest deine Beziehung mit dieser kleine Frau. Vielleicht werden wir Thedman in Los Santos geben. Ich weiß nicht, dass die Stadt Silicone wiedersehen wird. Es wird zu schnell. Aber das ist mein Job. Nicht dein Geheimnis. Nein, nein, dein Job. Mach das mit den Mexikanern zu beginnen. Mein Job? Mein Schatz? Geist dein eigenes! Wait, du gibst mir diesen Fall, ich gebe dir etwas größeres. Was? Unions-Depository. Mach das! Das kann nicht sein. Ich habe nie gesagt, dass es unmöglich ist. Es ist einfach sehr schwierig. Vergewaltig? Das ist eine Linie, die du Angst hast, um zu crossen? Komm schon, Tee. Du erinnerst die Träume? Ein paar Kinder, die Arbeit zu holen. Ein großer. Ich weiß, es war verrückt da damals. Aber hey! Du und ich wieder zusammen. Mit Lester und Franklin. Wir können das alles machen, Tee. Das ist kein Traum mehr. Ja. Du behalst das. Du behalst mich. Okay! Okay! Hier. Du behalst das blöde blöde. Und du behalst die Patricia auch. Okay? Weil... Ich respektiere diese Frau, und ich werde sie nicht wiederholen. Danke. Ich erinnere mich, ich werde mich auf dich auf jeden Fall. Okay? Und wenn diese Frau... ...fuckin... ...cheats auf sie noch einmal? Hm? Ich weiß nicht, was ich mache. Ja, Traver, wir wissen beide, du bist nicht der Mariener. Aber hey! Es ist großartig, dass du wieder in der Arbeit bist, oder? Lass es weiter. Der Großart! Der Großart! Der Großart! Gut. Bestunden entgleist! Ah, ich hätte das Tempo mal geschafft. Besser CJ! Okay. Ja, gut. Der Kontrollpunkt. Ich hätte das... ...geschafft, hätte ich nicht blöd gewesen, weil die einfach runtergefallen mir wieder. Hätte man die sogar auf Gold geschafft. Sportes Wort! Keine Konferenz! Ich brauche deine ganze Kruppe auf Cape Catfish. Wir gehen auf die Chemikal-Weapons-Plante. Nein, 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 nein. Ich habe nur etwas zu Lester. Ich brauche mit ein paar Sachen, zurück zu Los Santos. Nur, uh, gib mir eine Woche. Wir haben die Geräte mit deinen Polito-Money. Der Gangbanger ist bereits auf der Weg. Die Fenster ist offen, mein Freund, und du bist raus. Scheiße! 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 Los Santos geht nicht irgendwo hin, Mann! So, wir haben eine neue Mission. Einmal mit dem B. Wie ist denn die? Ach, da hinten. Oh Gott. Auch noch so weit hinten. 7,73 Kilometer lang. Und es ist nicht so, als wenn man da... Ja, stimmt. Die Strecke sind wir mit den Units gefahren. Ja, ich meine, eben. Hier sind sie nämlich irgendwann abgeflogen, glaube ich. Oder? Ein paar Meter später. Ich habe jetzt aber keinen Bock auf irgendwelche Rennen. Ach so, da ich stehe. Gut. Dann würde ich mal sagen, wollen wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Und, äh, dann... geben wir das Buch-Dinge ein. Es sind noch einige Missionen, die wir vor uns haben. Ähm... Ich muss mich gerade mal gucken, wie weit sind wir mit den Statistiken. Ähm... Ja. Es sind noch... Hauptmissionen. 20 Hauptmissionen. Wir haben die ganzen Hauptmissionen Zeitvertreiber. Okay, dann müssen wir noch alles drauf machen. From and Freeze von unserem 17. Zivillige Ereignisse. Der fehlt das noch 8. Unverschieden ist noch. Da haben wir noch keins. Aber erst mal die Hauptmission durch. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir feiern. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Let's Play GTA 5. Und dann geht's weiter mit unserem Freund Trevor und dem Buh. Mal gucken, was das so, äh, vor uns hat. Tschüss. Vielen Dank.